In diesem Video zeige ich dir die 5 besten und erfolgreichsten Spiele-Apps für den Monat April. Alle gezeigten Apps sind kostenlos und sowohl über iTunes als auch über den Play Store zu haben. Alle Links zum Download findest du in der Videobeschreibung. Die letzte App aus diesem Video ist mein persönlicher Favorit. Also bleib bis zum Ende dran. Viel Spaß! Keeper ist ein unterhaltsames und leicht verständliches Geschicklichkeitsspiel. Einfache Grafik, dafür hoher Spielspaß geben diesem Spiel eine gute Note. Beschütze mit dem schwarzen Punkt das Babymonster vor allem was dir entgegenkommt und sammle so einen möglichst hohen Highscore. Navigiere den Punkt geschickt den fallenden Gegenständen entgegen. Sammeln der mitfallenden Sterne sowie das Stapeln der Objekte über deinem schwarzen Kreis bringen extra Punkte und fördern auch bei diesem Spiel den Suchtfaktor. Perfekt für die Überbrückung von Langeweile ist das Spiel auch offline und unterwegs verfügbar. Auf dem zweiten Platz landet das Spiel Car vs. Cops, welches ein schönes und eingängiges Spiel aus dem Hause Ketchup ist. Entkomme mit den unterschiedlichsten Fahrzeugen der Polizei und sichere dir so ein langes Spielgeschehen und eine hohe Punktzahl. Lenke das Fahrzeug quer durch die Endloswelt, verwickle die Autos der Polizei in Unfälle, lass sie gegeneinander fahren oder sammle fleißig lila Punkte, um davon später ein neues Vehikel zu kaufen. Grafisch kaum anspruchsvoll lädt das Spiel immer wieder gerne zu einer actiongeladenen Spielrunde ein. Die Möglichkeit auch mit anderen Fahrzeugen zu entkommen, fördert den Spielspaß und das Bestreben schneller an weitere Punkte zu kommen. Chili Snow ist eine Spiele App, bei der Name Programm ist. Gleite mit deiner Kugel, chillig den Berg herunter, sammle Punkte und weiche geschickt den Bäumen und dem seitigen Ende des Bildschirms aus, um deinen Score in die Höhe zu treiben. Grafisch sehr einfach aufgebaut, leistungsmäßig bisschen instabil, glänzt das Spiel dennoch durch das einfache Spielverfahren und den großen Spaßfaktor. Klicke auf den Bildschirm, um die Gleitrichtung zu ändern. Wer kann wohl am längsten überleben, ohne einen Baum zu berühren und sammelt durch riskante Manöver die meisten Extrapunkte. So schnell entsteht das Duell zwischen dir und deinen Freunden. Helix Jump setzt Können und Geschick auf die Probe. Navigiere den hüpfenden Fahrball quer runter durch das drehende Labyrinth. Ein Spiel, welches einfach aussieht, entpuppt sich im weiteren Verlauf als richtig nervend aufreibend. Der Labyrinthblock lässt sich mit der Hand drehen, sodass der Ball durch die Spalten eine Etage tiefer fällt. Gestaltet man dies geschickt, kann man mit einem Zug mehrere Etagen überspringen. Aber Achtung vor den roten Ebenen, die sind Gift und beenden beim Aufprall sofort das Spiel. Erspiele hier den höchsten Highscore und beeindruckt deine Freunde. Leap On ist ein erstklassiges Geschicklichkeitsspiel, bei dem es kontinuierlich Spielaction gibt. Man selbst spielt einen weißen Punkt mit zwei Augen, der dem bösen, schwarzen Zentrum entkommen muss. Der schwarze Fleck verfügt über Gravitation und zieht deinen Punkt zu sich. Ziel des Spieles ist es, durch geschicktes und zeitlich richtiges Drücken auf den Display den weißen Punkt möglichst weit fern vom Zentrum zu halten. Für einen maximalen Highscore dürfen auch die anderen schwebenden schwarzen Seiten auf den Kugeln nicht berührt werden. Ein sehr einfaches Spiel, welches dennoch schnell animiert, seinen bisherigen Highscore zu toppen. War bisher doch nicht die richtige Spiele-App dabei, so schau mal in das jetzt verlinkte Video. Weitere Videos dieser Art findest du auf meinem YouTube-Kanal. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen. Hau rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!